Sie schauen die News auf TVO. Skandal im tiefkatholischen Fürstetum Liechtenstein. Das Nendle macht Polizei am Donnerstagabend eine Razzia in einem mutmasslich illegalen Buff. Aufgeflogen ist es wegen den Freier, die ihre Autos im Quartier parkiert haben. David Lendi. Die Dille im Wohnquartier das Nendle im Fürstetum Liechtenstein trägt. Letztes Donnerstagabend schlägt die Polizei zu und hält in diesem Haus ein illegales Bordell auf. Die Einsatzkräfte stossen auf zwei thailändische Frauen, die sich illegal im Liechtenstein aufhalten und vermutlich unter Zwang Sex anbieten. Ins Verfahren verwickelt ist auch der Hausbesitzer, der die Wohnung an die beiden Frauen vermietet. Pikant dabei, es ist ein dorfbekannte Liechtensteiner, der auch als Politiker schon aktiv war. Ob er etwas vom Buff in seiner Wohnung gewusst hat, ist eine der grossen Fragen für die Staatsanwaltschaft. Im Verfahren muss jetzt abgeklärt werden, wie die beiden Angetroffenen und eventuell andere Sexarbeitende angeworben wurden, wie sie nach Liechtenstein gekommen sind und unter welchen Bedingungen sie ihre Dienste angeboten haben. Davon hängt ab, ob und in welchem Umfang sich der Vermieter der Wohnungen und andere Personen strafbar gemacht haben. Den Stein ins Rollen gebracht haben die Nachbarn vom mutmasslichen Bordell. Die haben bei den Behörden Alarm geschlagen, nachdem der Quartierverkehr merklich zugenommen hat. Die Nachbarn hier im Wohnquartier halten sich bedeckt. Die beiden Thailänderinnen, die sich hier aufgehalten haben, hätten es nie gesehen. Dafür sei noch aufgefallen, dass vermehrt fremde Autos hier im Quartier parkiert haben. Zwar ist Prostitution im Liechtenstein nicht grundsätzlich verboten, Zuhälterei hingegen schon und offenbar gibt es in diesem Fall genug Anzeichen dafür. Der Liechtensteiner Hausbesitzer hat jedenfalls eine Anzeige am Hals, ist aber zurzeit auf freiem Fuss. Die beiden Thailänderinnen hingegen seien an einem sicheren Ort, schreibt die Staatsanwaltschaft. Sie seien bis jetzt nicht angezeigt worden. Gegen die angetroffenen sechs Arbeitenden wurde bisher kein Verfahren eingeleitet. Sie werden in erster Linie als Opfer angesehen. Allenfalls gibt es gegen die beiden thailändischen Frauen doch noch ein Verfahren. Und zwar, weil es illegal im Fürstetum sind.